Der neue Gira G1 ist die kompakte und universelle Steuerzentrale zur Bedienung der gesamten Gebäudetechnik. Er hat ein elegantes Design, besteht aus hochwertigen Materialien und ist präzise verarbeitet. Der Gira G1 ist so filigran, dass er fast auf der Wand zu schweben scheint. In weiß oder schwarz erhältlich, fügt er sich gut in viele Einrichtungskonzepte ein. Über das brillante Multi-Touch-Display lassen sich verschiedene Funktionen ganz einfach bedienen. Zum Beispiel Licht einschalten oder dimmen, Jalousien und Rollladen herauf- und herunterfahren oder die Heizung- oder Klimaanlage regeln. Mit einer intuitiv zu bedienenden Zeitschaltuhr sind alle Geräte auch automatisch steuerbar. Daneben können sämtliche Funktionen auch ganz einfach zu Szenen zusammengefasst werden. Online-Dienste wie Wetterprognosen liefern nützliche Informationen und über eine Türsprechanlage kann man immer sehen, wer vor der Tür steht. Die vielen Funktionen des Gira G1 können durch Updates ständig aktualisiert oder erweitert werden. Das komplett neu entwickelte Gira-Interface macht die Steuerung der Gebäudefunktionen so leicht wie nie zuvor. Sämtliche Funktionen eines Gebäudes lassen sich auf einen Blick darstellen und können schon in dieser Ansicht bedient werden. Durch den Wechsel in die Detaildarstellung stehen auf dem gesamten Display sämtliche Features einer Funktion zur Verfügung. Und durch Auflegen der Hand auf dem Display kann eine Favoritenfunktion direkt aufgerufen werden. Das Touch-Display des Gira G1 bietet eine enorm klare Darstellung von Grafik und Text und lässt sich aus allen Betrachtungswinkeln gut ablesen. Lautsprecher und Mikrofone für den Einsatz als Türsprechanlage sind unauffällig integriert. Ein besonderes Feature ist der Bewegungssensor, durch den sich das Display automatisch einschaltet, wenn sich eine Person nähert. Über ein einfach zu installierendes Temperaturfühlermodul lässt sich auch die Raumtemperatur direkt am Gira G1 messen. Der Gira G1 wird entweder per LAN-Kabel oder drahtlos über WLAN angebunden und lässt sich als Steuerzentrale für ein KNX-System für das neue Funksystem Gira Inet oder als reines IP-Gerät nutzen. Er eignet sich somit gleichermaßen für Neubau oder Nachrüstung. Der Gira G1 ist leicht zu installieren. Er passt auf eine herkömmliche Unterputzdose, in die zuerst ein Anschlussmodul eingebaut wird. Danach wird ein Aufnahmerahmen auf dem Anschlussmodul und der Wand befestigt, in den zum Schluss das Displaymodul einfach angeklipst werden kann. Aufgrund seiner vielen Funktionen, mit denen unterschiedliche Systeme gesteuert werden können und seiner einfachen, sowohl für Neubau als auch Nachrüstung geeigneten Installation, ist der neue Gira G1 das Multitalent der Gebäudetechnik. Untertitelung des ZDF für funk, 2017